Begeisterst du dich für Sport oder hast du eher Freude an Kunst, Musik und Theater? In diesem Video stellen wir dir The King's Academy vor. Wenn du wissen willst, was diese Schule in Florida noch alles auszeichnet, dann bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Die 1970 in West Palm Beach gegründete Privatschule unterrichtet rund 1700 Schüler und Schülerinnen von der Preschool bis zur 12. Klasse. In jeder Klasse sind durchschnittlich 17 Schüler und Schülerinnen. 2014 wurde The King's Academy als National Blue Ribbon School of Excellence ausgezeichnet und ist damit eine von 50 ausgezeichneten Privatschulen in den USA. Der Campus mit einer Größe von 24 Hektar umfasst unter anderem ein Schwimmsender, eine Sporthalle sowie ein eigenes Fernseh- und Filmstudio. Man kann aus über 150 Highschool-Kursen wählen. Neben den grundlegenden Fächern wie Mathematik oder Geschichte bietet die Schule eine Vielzahl an kreativen Klassen an, sowie beispielsweise Malen und Zeichnen, digitale Fotografie, Tanzen, Theater und unterschiedliche Bands. Aber natürlich wird auch Wirtschaft und Politik unterrichtet. Angebotene Fremdsprachen sind Chinesisch, Latein und Spanisch. Neben der fantastischen Ausstattung der Schule gibt es ein breit gefächertes Angebot an außerschulischen Aktivitäten. Unter anderem insgesamt 29 Bands, eine Rundfunkcrew, ein Politikclub, ein Robotikclub und vieles mehr. Auch Sport spielt eine wichtige Rolle an The King's Academy. Die 30 Sportmannschaften gewannen schon viele Auszeichnungen, so zum Beispiel Meisterschaften in Football, Golf oder Cheerleading. Die angebotenen Sportarten umfassen Schwimmen, Football, Golf, Basketball, Baseball, Leichtathletik, Tennis, Volleyball, Cheerleading und viele weitere mehr. Die Lage von The King's Academy im Süden von Florida in West Palm Beach zeichnet sich durch die kurze Entfernung von knappen 20 Kilometer zum Strand aus. Auch Miami ist in nicht einmal zwei Stunden mit dem Auto zu erreichen. Außerdem liegen Disney World und die Universal Studios in der Nähe. Hat die King's Academy dein Interesse in einem Auslandsaufenthalt in Florida geweckt und du möchtest mehr über den Schüleraustausch wissen? Dann melde dich doch gerne unter der jetzt eingeblendeten Nummer und entdecke weitere tolle Videos, Takeover, Facts und Neuigkeiten auf unserer Webseite sowie unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns auf dich, dein Team von Kulturwerke Deutschland.